Hallo Freunde des Makabren, mein Name ist Paula und ich bin Mika und wir sind todsicher. In Post-Oster-Stimmung? Ja, würde ich schon unterschreiben. Also du, ich mag kein Ostern. Ich bin so voll nach Ostern. Es gibt immer so viel Essen an Ostern. Ja, bei mir nicht. Doch, bei uns schon. Ich habe allein drei Kuchen gebacken. Du bist auch crazy. Ja, aber sie waren gut. Das glaube ich dir. Aber jetzt ist Ohrstand vorbei und jetzt beraten wir uns auf Halloween vor. Da liegen zwar noch ein paar Monate dazwischen. Ah, nach Halloween ist vor Halloween. Ja, eben. Halloween ist immer. Halloween ist immer mehr. Jetzt kommen ja erst einmal die ersten warmen Tage. Ja, am Wochenende soll es voll schön werden. Ja, deswegen kommt Paula auch am Freitag zu uns, weil da wird es nämlich schön warm und dann grillen wir. Vielleicht haben wir was zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge online kommt. Irgendwas gepostet. Vom todsicher grillen. Wahrscheinlich nicht. Todsicher grillen ist einfach nur Mika, Max und ich, wie wir sitzen und Gemüse essen. Aber geil. Chonky ist auch mit dabei. Ja, Chonky ist auch mit dabei. Wie sie hoffentlich ihr eigenes Körpergewicht wieder in Maiskolben essen wird. Oder wahrscheinlich eher Nürnberger Bratwürste, weil sie hat ihre Liebe für Nürnberger Bratwürste entdeckt. Nice. Gesundheit. Danke. Das lasse ich drücken. Wünscht Paula alle Gesundheit. Ja. Danke. 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 So, gibt es noch irgendwas Neues bei uns? Ähm, nein. Nein. Ich glaube nicht. Paula hat mir ihre Superkohlen-Poster angezeigt, die sie für die Wohnung bestellt hat. Ja, mein Büro wird, es halt auch glaube ich nicht mehr so sehr wie letztes Mal. Ich war auch beim letzten Mal nicht gehalten. Aber letztes Mal habe ich aber auch sehr, sehr leise geredet. Okay. Ähm, werde ich jetzt wahrscheinlich auch, also ich werde jetzt nicht so rumschreien, weil, wie gesagt, Wohnung über mir, da ist das Schlafzimmer. Aber ich werde mal meine Nachbarin fragen, ob sie mich hört oder nicht abends. Ja, ich habe mir vier Poster bestellt, die sind auch, werden auch im Büro aufgehängt. Und zwar, zwei Stück sind die Filmposter für Evil Dead 1 und Evil Dead 2. Oh, die sind so schön. Ja. Auf Deutsch, Tanz der Teufel. Eins ist das Filmposter, eins der Filmposter zu Scream 1. Und dann noch ein stilisiertes Poster für American Horror Story 1984. Weil das auch eine Hommage an 1980er, 1990er Slasher-Filme ist. Und ich liebe Slasher. Ja. Sie sind auch alle super cool. Ja. Ich liebe Slasher sowieso. Ja. Die werden jetzt noch aufgehängt und dann langsam, langsam, aber sicher. Was gibt es bei dir Neues? Ich bin müde. Okay. Wir sind immer müde. Wir sind immer müde. Nein, bei mir gibt es leider keine spannenden Neuigkeiten. Ähm, also ich hatte am Wochenende, hatte ich einen, am Wochenende, was ist heute für ein Tag? Mittwoch. Mhm. Gestern. Das war Dienstag. Ich hatte gestern einen richtigen Mama-Moment, Erwachsenen-Moment. Okay. Ja. Inwiefern? Und das erzähle ich dir ganz kurz im Off. Okay. Also Mika hat mir gerade ihren Mama-Moment erzählt. Er war einerseits erheiternd, andererseits Teenager. 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 Aber das wird aus, keine Ahnung, Jugendschutzgründen? Darf man sowas offen nennen? Keine Ahnung. Wegen Ortsnennung so ist es im Off gelandet. Genau, ja. Weil nicht jeder wissen soll, wo genau wir wohnen. Wahrscheinlich habt ihr das euch schon alle irgendwie erschließen können, aber... Nein, ich meine, ich glaube, wir haben die Stadt schon öfter mal genannt. Ja. Aber halt nicht wo genau in der Stadt. Nein. Das machen wir nicht. Nein, so weit kommt es nicht. Gut. Ja. Heute haben wir auf Wunsch von Paula oder eher auf Wunsch von unseren Zuhörerzahlen, Klicks, was auch immer, eurem Feedback, wieder einen Gory-Fall. Mhm. Der Code für diese Folge ist Paula kotzt. Paula kotzt. Und Paula wird irgendwie der kotzen oder Paula würde mich wahrscheinlich beschimpfen oder wahrscheinlich beides. Das sind immer die lustigsten Folgen. Ja, der ist aber nicht lustig, dieser Fall. Also wirklich, wirklich nicht lustig. Niemand und keiner unserer Fälle ist wirklich lustig. Nein, aber der ist ganz besonders schlimm. Und er ist relativ aktuell. Mhm. Wo ist er? Relativ aktuell meine ich 1995 ist für mich immer noch zehn Jahre her. Okay, also unser heutiger Fall führt uns nach England. Oh, nach Manchester. Mhm. Und unser heutiger Fall handelt von der kleinen Kelly. Kelly war ein aufgewecktes, ein fröhliches, starkes Mädchen, selbstbewusstes Mädchen, das sehr, sehr gerne Sport getrieben hat. Sie hat immer davon geträumt, Lehrerin zu werden, besuchte die weiterführende Schule, während sie gleichzeitig für eine Grafikfirma arbeitete. Sie hatte große Zukunftspläne, hatte sehr viele Ambitionen. Doch nachdem sie ihren späteren Lebensgefährten, Freund, Partner, was auch immer kennengelernt hatte, veränderte sie sich völlig. Sie hörte auf zu duschen. Sie verbrachte Stunden zusammengerollt in völliger Stille auf dem Sofa. Aber sie kam auch nach Hause und ihre Mutter erinnert sich, Zitat, sie kam nach Hause und eine Seite ihres Gesichts war schwarz. Sie sagte, einige Mädchen hätten sie angegriffen. Ich konnte die Sorge nicht ertragen, aber ich wusste, wenn ich sie von diesem Mann wegzerrte, könnte ich sie verlieren. Zitat Ende. Jesus. Dann kam Kelly eines Tages nach Hause und sagte ihren Eltern, dass sie einen neuen Job habe und sie ihre Eltern nicht mehr so oft sehen könne. Am 30. November 1995 verließ sie das Elternhaus endgültig, zog zu ihrem damaligen Partner in seine Dockbill-Haushälfte in der Furnival Road in Gordon. Und sie telefonierte zwar noch recht häufig mit ihren Eltern, natürlich wurden diese Telefonate immer weniger, aber dieser 30. November war der letzte Tag, an dem die Familie Bates ihre Tochter das letzte Mal leben sah. Und ich habe den Namen bereits verraten. Unser heutiger Fall handelt von Kelly Ann Bates. Geboren am 18. Mai 1978 und ermordet am 16. April 1996. Und zwar ermordet von ihrem, ich will nicht sagen Freund, Partner oder Lebensgefährde, weil hier für mich einfach Grooming eine große Rolle spielt. Denn ihr Mörder, James Patterson Smith, ist 1948 geboren gewesen. Oh, er war 30 Jahre älter als sie? Er war 30 Jahre älter. Okay. Und sie ist nicht einfach so von ihm ermordet worden, nein. Der Fall von Kelly Ann Bates ist ein besonders schrecklicher, ein besonders grausamer Fall. Die Mordermittlungen in ihrem Fall wurden von Detective Sergeant Joseph Monaghan von der Polizei von Greater Manchester geleitet, der sagte, Zitat, Der zuständige Pathologe in dem Fall, William Lawler, beschrieb ihre Verletzungen als die schlimmsten, die er je bei einem Mordopfer gesehen hatte. Shit. James Patterson Smith, der in der Vergangenheit bereits Gewalt und Folter gegen ehemalige Sexualpartner begangen hatte, bestritt den Mord an Bates zwar, wurde jedoch am 19. November 1997 zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber wie kam es dazu? James Smith war ein arbeitsloser, geschiedener Mann, der in der Gegend von Gorten in Manchester lebte. Er ist von Bekannten als sehr stolz beschrieben worden und gepflegt. Er war Abstinenzler und Nichtraucher. Und seine Ehe, weil wir sind ja sehr geschieden, seine Ehe ist 1980 nach zehn Jahren gescheitert, weil er seiner Frau gegenüber gewalttätig geworden war. Die nächste Beziehung, die Smith eingegangen war, war mit der 20-jährigen Tina Watson, die er laut Aussage von Tina, von Tina Watson selber zwischen 1980 und 1982 als Zitat Boxsack benutzte, Zitat Ende, und sie heftigen Schlägen aussetzte, während sie unter anderem mit dem gemeinsamen Kind schwanger war. Sie sagte, zuerst war es ab und zu nur ein kleiner Schlag, aber am Ende war es jeden Tag. Er schlug mir ins Gesicht oder schlug mir mit einem Aschenbecher auf den Kopf. Zitat Ende. Er trat sie auch zwischen die Beine und Watson gelang die Flucht aus der Beziehung erst in dem Moment, in dem Smith versuchte, sie beim Baden zu ertränken. Shit, okay. Als die Beziehung zu Tina Watson scheiterte, ging er noch im selben Jahr, 1982, eine Beziehung ein, oder falls man es Beziehung nennen kann, mit der 15-jährigen Wendy Mott has said. 15. 15. Deswegen sage ich ja Beziehung. Weil zu dem Zeitpunkt war er bereits, lass mich lügen, 34. Eww, doppelt so alt. Überdoppelt so alt. Ja. Und auch sie sollte er sehr, sehr schnell anfangen zu missbrauchen. Allerdings wurde er in seinem Missbrauch sehr schnell sehr aggressiv. Denn bei einem seiner täglichen Übergriffe hielt er sie mit dem Kopf in der mit Wasser gefüllten Küchenspüle unter Wasser und versuchte sie in der Küche zu ertrinken. Alter. Wie? Wieso? Also, man geht davon aus, dass das, also, dazu komme ich noch. Also, ihm wird dann gesagt, dass, beziehungsweise ihm ist dann diagnostiziert worden, dass er eine schwere paranoide Störung mit krankhafter Eifersucht habe und in einer verzerrten Realität lebe. Andere sagen, er hätte eine sadistische Persönlichkeitsstörung, aber dazu komme ich noch. Okay. Ja, so am Ende. Ja. Und warum ich der festen Überzeugung bin, dass er keine sadistische Persönlichkeitsstörung hatte, sondern ein Sadist war. Aber dazu komme ich noch. Okay. Da bin ich gespannt. Was danach passiert ist, ist nicht wirklich viel bekannt. Erst im Jahr 1993 wird er, wird man wieder auf ihn aufmerksam, denn im Jahr 1993 begann Smith, Callie Ann Bates zu groomen, als sie 14 Jahre alt war. Nachdem er sie kennengelernt hatte, als sie für Freunde von ihm babysittete, wo ich mir denke, wie kann dieser Mann Freunde haben? Ja, vor allem Freunde, die ein Kind haben und ihn in die Nähe davon lassen. Ja, aber gut, wahrscheinlich war das Kind noch außerhalb seines Interessenalters. Also, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Aber wenn ich zum Beispiel mitbekomme, man bekommt ja mit, dass er gewalttätig ist, seit er hat das sehr erfolgreich verschwiegen. Ich weiß nicht, wenn du mit so jemandem befreundet bist, dann zweifle ich an dir selber als Person. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er komplett verheimlichen konnte oder halt, dass er nicht auch im Verhältnis mit Freunden mal irgendwie ausgerastet ist oder handgreiflich wurde oder sowas. Weil der hat anscheinend eine kleine, also so eine kurze Zündkerz, Zündschnur. Zündkerz. Da hat man schon noch viele andere kurze Sachen. Nein, wir machen kein Body. Na doch, bei ihm schämen wir ihn schon. Ich meine, er schaut schon aus wie der creepy Onkel vor dem Herrn. Ja, ich sing gerade vor mir, I don't like this. Nein, nein. Ich meine, wenn ihr den Film The Lovely Bones gesehen habt, der kommt ziemlich genau da. Habe ich nicht. Nein. Aber wenn du mal The Lovely Bones eingibst, dann siehst du ihn, er sieht aus wie dieser typische eklige Pederonkel. Ich gebe ein The Lovely Bones. Oh. Wobei der im Film noch irgendwie halt angenehmer aussieht als der James Patterson Smith. Ja, ja, gut. Ist das Stanley Tucci? Ja. Oh. Ich liebe Stanley Tucci. Ich auch. Stanley Tucci kann alles spielen. Ja. Aber da ist er schon sehr creepy. Ja, ja, sehr erfolgreich. Und wie gesagt, das zeigt nur wieder, dass er für ein guter Schauspieler ist. Er kann nämlich alles spielen. Einmal zurück zu unserem Fall. Wie gesagt, er begann sie zu groomen, als sie 14 Jahre alt war. Kleine Einwand für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was Groomen ist. Groomen ist, wenn man sich versucht, Schutzbefohlene oder Jüngere gefügig zu machen, in der Absicht, eine sexuelle Beziehung mit ihren einzugehen. Also sowas wie, wie zum Beispiel Smith gemacht hat in dem Fall. Hey, du bist 14, aber du bist voll reif für dein Alter, ne? Wow, du bist ja so toll und solche Sachen. Also diese Absicht, sich schutzbefohlene oder minderjährige Personen gefügig zu machen, um sie sexuell auszubeuten. Ah, das ist so eklig. Das ist so eklig. Das ist vor allem dieser Falsch. Ja, das sowieso. Die Eltern Tommy und Margaret Bates bekamen erst mal nichts mit von diesem Grooming. Sie bekamen auch nicht mit, wie ihre Tochter schlussendlich eines Tages eine Beziehung mit Smith einging. Und sie fanden es eher zufällig raus. Kelly hatte zwar erzählt, ja, sie hat einen Freund. Aber eines Tages kehrte Margaret Bates in ihr Haus in Hethersley zurück und fand ihre 16-jährige Tochter Kelly Ann in der Küche. Und Kelly Ann hatte das erste Mal Smith mit nach Hause gebracht. Und als dann James Patterson Smith das Zimmer betrat, war die Mutter Margaret schockiert, als sie feststellte, dass Smith Mitte 40 war. Ja, ich wollte gerade sagen, zu dem Zeitpunkt war er ja irgendwie über 40, ne? Ja. Ach, ach, ach. Und sie war vor 10. 16 zu dem Zeitpunkt. Und 16. Das macht es sich besser, aber ja. Margaret war natürlich schockiert, erstens wegen des Alters, aber nicht nur deswegen. Ja, ich meine, keine Mutter freut sich darüber, wenn die 16-jährige Tochter ansagt, hey, hier ist mein über 40-jähriger Freund, Partner, Grooming-Typ. Aber für Margaret war es noch viel, viel schlimmer, denn sobald sie Smith sah, merkte sie, dass er etwas extrem Beunruhigendes an sich hatte. Und Margaret Bates sagte über ihr erstes Treffen mit Smith, Zitat, Shit, aber ja, ich verstehe es irgendwie, ne? Ich meine, ich habe kein Kind, vor allem nicht in dem Alter, aber jetzt stell dir mal vor, Du hättest mit 16 halt einen Typen heimgebracht, der halt fast so alt ist oder älter sogar als deine Eltern. Ja. Und gesagt, das ist mein Partner. Und deine Eltern so, der Verkehr ist es. Das kommt ziemlich genau hin. Und halt vor allem halt auch so, halt, es ist halt weird, diese Frage, die man sich halt stellt, warum findest du niemanden in deinem Alter, Typ? Nicht mal, nicht mal zu Kelly, sondern zu ihm so, du bist ein erwachsener Mann. Ja, Kelly hat in dem Fall nichts anderes als ein Opfer. Ja, ja, klar. Ich meine, in dem Punkt ist halt wirklich so, Typ, du bist über 40, such dir halt eine Frau in deinem Alter, die halt auf Augenhöhe mit dir ist. Aber Augenhöhe will er natürlich nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Weil der hat ja die Kontrolle nicht wahrscheinlich. Ja, freilich. Oh, ist das widerlich. Ugh, ugh, ugh. I hate you. Sag ich ja, Paula Gott. Margaret sollte ihre Entscheidung, Smith nicht an Ort und Stelle erstochen zu haben, später bereuen. Hm. Hm. Wie gesagt, die Eltern hatten zu dem Zeitpunkt immer wieder blaue Flecken entdeckt, im Gesicht, an den Armen und die hat sie ihren Eltern immer wieder mit verschiedenen Unfällen erklärt. Dann aber, wie bereits am Anfang erwähnt, zog sie sich immer mehr zurück. Im Dezember 1995 hat sie ihren Nebenjob gekündigt. Wie alt war sie da? 95. Sie ist 78 geboren. 17. Okay. Im März 1996 haben ihre Eltern eine Karte von ihr bekommen, aber diese Karte war nur von Smith unterschrieben. Okay. Also es fängt an, spanisch zu werden. Ihr Bruder natürlich wollte wissen, was mit seiner Schwester los ist, ist zum Haus gegangen und Smith sagte, nee, sie ist nicht daheim. Und dann, als dann die Nachbarn anfingen, nach ihr zu fragen, hat sich Kelly ganz kurz an einem Fenster im Obergeschoss gezeigt und das war dann das letzte Mal, dass man sie lebend gesehen hat. Ach so, sie hat da noch gelebt? Ja. Ah, okay. Im März hat sie noch gelebt. Okay. Denn am 16. April, also an ihrem Todestag, hat Smith bei der Polizei angerufen und gesagt, ja, also während eines Streites, ich habe gerade versehentlich meine Freundin umgebracht. Also sie hat hier, ich habe sie ins Wasser gedrückt und dann hat sie rein zufälligerweise Wasser reingeatmet und dann ist sie auch sofort gestorben und ich konnte sie nicht mehr wiederbeleben. Du weißt schon, weil Ertrinken genauso funktioniert. Ja, ja, wie in den Filmen. Da dauert es auch immer nur zwei Sekunden, bis irgendwer stirbt. Mich wundert es, dass er überhaupt die Polizei gerufen hat, bin ich ganz ehrlich. Na gut, wahrscheinlich Panik. Ja, so, oh fuck, jetzt ist sie tot. Ja, stimmt. Ja gut, vorher hat er ja noch keine umgebracht gehabt. Nee. Oder nicht, dass man wüsste. Also man kann ihm keinen Mord nachweisen. Also er hat dann auch der Polizei erklärt, ja, das ist, er dachte erst, dass da nicht wirklich was los ist, weil sie hat ja oftmals simuliert, dass sie bewusstlos war und jetzt hat hier im Bad, wow. Hat sie simuliert, dass sie nicht geatmet hat oder was? Und keinen Puls hat sie auch simuliert. Wow. Die Polizei kam dann zu Smiths Haus und fand Bates nackten, leblosen Körper, aber im Schlafzimmer. Er hat die Leiche also bewegt. Ja, du weißt schon, weil er so wahnsinnig Panik hatte, dass, oh mein Gott, sie atmet ja nicht mehr, hupsi. Und er hat sie im Badezimmer aus Versehen. Aus Versehen, sie hat Wasser eingeatmet, Paula. Ja, ja, klar. Und dann hat er sie ins Schlafzimmer gebracht, um, um, why? Oder war sie etwa von Anfang an da? Das weiß man, nein, sie ist tatsächlich ertränkt worden. Ah, okay. Sie ist tatsächlich ertränkt worden. Ja, genau so hat dann die Polizei sich das Haus angeschaut und das Haus ist ein bisschen auffällig gewesen, denn du hast überall im Haus Blutspritzer gehabt, nicht von Smith. Oh, wow, ja, der kleine, kleine Streit, bei dem sie aus Versehen ins Waschbecken gedrückt wurde. Warte, 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 Warte. Wie kann man so dumm sein? Also, ich meine, gut, dass er so dumm ist, aber wie kann man so blöd sein und sagen, ja, ich habe ihn ja auch verliehen, ja, ein kleiner Streit, meh, 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 und dann kommen sie in dein Haus. Was natürlich, natürlich kommen sie in dein Haus. Wenn du sagst, da ist jemand Totes in meinem Haus, dann kommt natürlich die Polizei und sagt, ja, wir würden uns das schon wieder mal anschauen. Ja, vor allem, sie haben sich ja dann das Haus angeschaut und sie haben sich ja den Körper angeschaut und die Obduktion von Kelly N. Bates Triggerwarnung. Diesmal wirklich? Diesmal wirklich gigantische Triggerwarnung. Falls ihr nicht die Abgründe der Menschheit kennenlernen wollt, schaltet die jetzt aus. Triggerwarnung, ich gehe mal davon aus, Domestic Violence, Ultra-Gory. Ja. Noch irgendwas? Super-Gory. Also häusliche Gewalt, sehr viel Gore, sehr viel sexuelle Gewalt, also schaltet jetzt aus. Sorry. Also, man hat das Blut von Kelly N. Bates im ganzen Haus verteilt gefunden. Überall Spritzer, zack, da, hier, Decke, Wände, Boden, Möbelstücke. Shit. Die Obduktion gab über 150 einzelne Verletzungen an ihrem Körper und der Pathologe, also William Lawler, der Pathologe des Innenministeriums, der ihren Körper untersuchte, sagte, Zitat, In meiner Karriere habe ich fast 600 Mordopfer untersucht, aber ich bin noch nie auf so schwere Verletzungen gestoßen. Zitat Ende. Und nicht nur Verletzungen, nein, er hat sie anscheinend auch gedemütigt, denn im letzten Monat ihres Lebens wurde sie gefesselt gehalten. Hä? Also manchmal hat er sie mit einer Schnur um den Hals gebunden, entweder an einen Halskörper hat er sie gebunden oder an Möbelstücke oder er hat sie mit den Haaren an den Halskörper gebunden. Was? Ja. Oh mein Gott. Und der Körper von Kellyanne Bates wies folgende Verletzungen auf. Triggerwarnung. Nochmal. Verbrühungen am Gesäß und am linken Bein, Verbrennungen am Oberschenkel durch Bügeleisen, ein gebrochener Arm, mehrere Stichwunden durch Messer, Gabeln, Scheren, unter anderem auch Stichwunden im Inneren ihres Mundes, Quetschverletzungen an beiden Händen. Verstümmelungen an Ohren, die man einem Gartenspaten und einer Gartenschere zuordnen konnte. Bitte kotzt jetzt nicht, ihr sind beide Augen ausgestochen worden, nicht weniger als fünf Tage und nicht mehr als drei Wochen vor ihrem Tod. Spätere Stichwunden in den leeren Augenhöhlen. Sie hat da noch gelebt. Ja. Und eine teilweise Skalpierung. Als sie am Leben war? Ja. Ich hab's dir gesagt, die Augen sind nicht weniger als fünf Tage, aber nicht mehr als drei Wochen vor ihrem Tod entfernt worden. Oh mein Gott. Was ist das für ein dreckiges Stück Abschaum der Gesellschaft? Ew. Die arme Frau, das arme Kind. 17. Ja. Oh Gott, der arme Pathologe, der sich ihren Körper anschauen musste und sehen musste, was damit passiert ist. Alle, die an diesem Fall beteiligt waren. Fuck. Okay. Er hat sie nicht nur körperlich misshandelt, also nicht nur durch Gewalt, sondern er hat sie auch hungern lassen. Sie hat innerhalb kürzester Zeit, hat sie etwa 20 Kilo an Gewicht verloren, hat vor ihrem Tod mehrere Tage lang kein Wasser bekommen. Und der Staatsanwalt in dem Prozess gegen Smith hat gesagt, Zitat, Es war, als hätte er sie absichtlich entstellt und ihr dadurch größte Schmerzen, Kummer und Erniedrigung zugefügt. Die Verletzungen waren nicht das Ergebnis eines plötzlichen Gewaltausbruchs. Sie müssen über einen längeren Zeitraum verursacht worden sein und waren so schrecklich und so umfangreich, dass der Angeklagte das Mädchen absichtlich und systematisch gefoltert haben muss. Zitat Ende. Sie ist ertrunken, die Todesursache war Ertrinken. Unmittelbar vor ihrem Ertrinken ist sie noch mit dem Duschkopf verprügelt worden. Klar. Und den Geschworenen ist mitgeteilt worden, dass der Tod schlussendlich gnädig für sie gewesen sein muss. Obwohl Ertrinken natürlich auch ein unglaublich beschissener Tod ist. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo man sie das letzte Mal gesehen hat, wo sie sich am Fenster gezeigt hat. Ja. War das zu weit weg, damit die Leute sehen konnten? Sie hat sich nur kurz am Fenster gezeigt und ist dann gleich wieder. Okay. Beziehungsweise er hat sie wahrscheinlich ans Fenster hingestellt und sie dann wieder weggezerrt. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist furchtbar. Es ist ganz, 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 ganz furchtbar schrecklich. Es ist unglaublich furchtbar. Und widerlich. Kellyanne Bates Vater Tommy musste die Leiche seiner Tochter identifizieren. Natürlich. Oh nein. Oh nein. Der arme Mann. Und die Mutter sagte über Smith, Zitat, die Leute nannten ihn ein Tier. Aber ein Tier würde einem anderen Tier das nicht antun. Er ist ein sehr böser Mann. Ich denke darüber nach, wie viel Schmerz sie gehabt haben muss. Wie sie geglaubt haben muss, dass wir sie nicht liebten, weil wir sie nicht gerettet haben. Zitat Ende. Ich meine, sie hat recht. Tiere machen sowas nicht mit anderen Tieren. Nein. Tiere. Außer Delfine. Delfine sind Arschlöcher. Delfine sind Arschlöcher. Aber auch Delfine foltern nicht so auf dem Level. Auf dem Level. Ich habe gerade gelernt, dass Delfine Arschlöcher sind. Ich nehme alles zurück. Aber trotzdem muss ich sagen, Menschen sind einfach abartig. Ja. Menschen sind der größte Abschauen der Gesellschaft. Wir haben, natürlich haben wir tolle Sachen erfunden, wie, I don't know, das Flugzeug oder so. Keine Ahnung. Strom. Yay. Wir haben Strom nicht erfunden. Doch. Wir haben auch die Schwerkraft erfunden, Paula. Natürlich. Aber halt so was, ne, Folter. Why? Warum? Wie sind wir darauf gekommen, die Tierwelt so, ja, also, ich kämpfe mit diesem anderen Tier aus meiner Spezies, weil wir wollen beide dasselbe Weibchen begatten oder, oh, wir wollen beide dasselbe Essen haben oder so. Und Menschen so. Ich foltere andere Menschen, weil ich Spaß dran habe. Yay. Was ist das für ein Life? Schimpansen sind auf einem ähnlichen Niveau. Wenn sich Schimpansen-Clans bekriegen, dann ist es unschön. Ja, es ist unschön, aber es ist nicht so systematisch. Es ist, Mika hat mir gerade erklärt, was Schimpansen tun. Schimpansen sind auch furchtbar, apparently, wenn sie sich mit anderen Clans bekriegen. Aber, wie ich gerade zu Mika schon gesagt habe, glaube ich, geht es darum eher, dabei eher darum, dass der andere Clan sich nicht weiter fortplatzen kann. Und der eigene Clan. Es ist schon wieder in der Evolutionswahl, in der mehr Richtung Mensch. Ist es, ist es, aber das, was er gemacht hat, hatte keinerlei Grundlage. Es war nicht, oh, ich will, ich will, dass mein Clan obsiegt oder ich will das oder das oder keine Ahnung. Dass nur mein Erbgut weitergegeben wird. Ja, genau. Es war halt einfach reines Vergnügen. Sadismus. Ja. Halt einfach so, ich mag es, wenn andere Menschen Schmerzen erleiden und ich der Grund dafür bin. Yay. Und das ist halt, das ist ein ganz, ganz menscheneigenes Verhalten. Ja. Smith natürlich bestritt den Mord, ne? Ernsthaft? Ja, ja, er hat gesagt, er hat sie nicht ermordet und er behauptete, Kelly hätte ihn immer wieder durch die Hölle gehen lassen und sie hätte ihn immer wieder aufgekratzt und aufgewiegelt. Und er behauptete auch, Kelly hätte ihn wegen seiner toten Mutter verhöhnt und sie hätte sich selbst verletzt, damit die Verletzungen, die er ihr zugefügt hat, noch viel, viel schlimmer aussehen würden. Und hat sie sich auch selber den Kopf in die Badewanne gesteckt oder hat er das nicht gerade am Telefonzipp vor die Polizei zugegeben, dass er sie umgebracht hat? Ja, aber das ist, weil sie ihn provoziert hat, Paula. Ach so, ach so. Und weil sie ihn wegen seiner toten Mutter verhöhnt hat. Ach so, ach so, ach so. Er geht quasi Richtung Totschlag. Ja. Anstatt Mord. Selbstverteidigung, weil sie hat ihn ja provoziert. Ach so, ja, ja, klar. Natürlich. Und sie hat ihn ja auch angegriffen, weil sie hat ihn ja bestimmt noch gesehen mit den Augen, die sie nicht mehr hatte. Ja. Weil er sie, ja, oh, ich kann es gar nicht sagen. Naja, als er gebeten wurde zu erklären, warum er denn Bates die Augen ausgestochen hatte und sie verletzt hatte und es handelt hatte und sie gefoltert hatte und sie verbrüht hatte und sie mit Stich- und Schlaginstrumenten malträtiert und traktiert hatte, sagte er, sie habe ihn dazu provoziert und außerdem hat sie ihn herausgefordert, ihr Schaden zuzufügen und ihr Gewalt anzutun. Mhm, 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 mhm. Ich glaube nicht. Ich zweifle das sehr stark an. Ich meine, es gibt Leute, die Schmerzen mögen. Na, also ich meine, es gibt ja genug Orte, wo solche Leute hingehen können, glaube ich, I guess. I don't know. Aber halt nicht auf dem Level, glaube ich. Also halt eher... Es gibt schon Leute, die stehen auf Torture, aber das ist ja dann eigentlich einvernehmlich. Ja, es ist einvernehmlich und es ist halt nicht, es sind halt nicht die, also es ist halt, glaube ich, nicht so bleibende Schäden. Sowas wie... Dazu bin ich zu wenig informiert. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, es gibt auch Menschen, die ja auch irgendwie... Sich selbst Gliedmaßen amputieren. Ja, genau. Und Fantasien davon haben oder das auch tun, sich Sachen, also Gliedmaßen zu amputieren und so. Was, das ist jetzt einfach nur meine eigene Aussage, was halt einfach psychisch krank ist und definitiv therapiert werden sollte. Aber ich kann mir nicht irgendwie nicht so vorstellen, dass dieses 17-jährige junge Mädchen so drauf war. Ach so drauf war. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nee, so drauf war. Okay, okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem, wenn ich ein Bild von ihr sehe, so süß und putzig und jung, wie sie war, und dann ein Bild von ihm. Dann glaube ich schon eher, dass er das Problem war. Nein. Creepy Pederonkel war doch das Opfer hier. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also, machen wir jetzt nichts vor. Tja. Okay, und was hat er jetzt, also wie ging es weiter? Was hat er der Polizei da noch für Märchen erzählt? Ja, das war so das Hauptmärchen, dass... Ach, dass sie schuld war. Ja, sie war schuld, weil sie hat ihn nämlich provoziert und sie hat ihn mit seiner toten Mutter provoziert und sich darüber lustig gemacht. Und wie kann sie nur? Sie hat es ja gewollt. Ja. Außerdem wollte sie ja auch, dass er sie so misshandelt. Mhm. Und es war ja auch kein Mord. Nein, 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 nein. Er hat sich ja nur selbst verteidigt, ja. Mhm, mhm, mhm. Weil... Weil... Hat er auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert? Nein. Wow. Beziehungsweise davon ist nichts bekannt, ob er auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert hat oder nicht plädiert hat. Aber er ist ja sehr schnell schuldig gesprochen worden, falls sie das schuldig ist. Was? Das habe ich ja jetzt überhaupt nicht erwartet. Wie kam das denn? Kannst du mir das bitte erklären, Mika? Ich will gleich sehr gerne. Jillian Massey, eine beratende Psychiaterin in dem Fall, sagte dem Gericht, dass Smith, Zitat, eine schwere paranoide Störung mit krankhafter Eifersucht habe, Zitat Ende, und in einer verzerrten Realität lebe. Wo ich mir denke, mhm, schwer, paranoide, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Manche sagen, er hat eine sadistische Persönlichkeitsstörung, was ich nicht glaube. Denn eine sadistische Persönlichkeitsstörung, ich habe jetzt mal ein bisschen in meiner Armchair-Psychology-Kiste gegraben, eine sadistische Persönlichkeitsstörung wurde durch ein allgegenwärtiges Muster egosyntonischen sadistischen Verhaltens definiert. Und egosyntonische Verhaltensweisen sind psychische Zustände und Symptome, die nicht als zu der eigenen Person gehörend wahrgenommen werden, sondern als fremd und störend erlebt werden. Betroffene von einer egosyntonischen Störung sehen sie folglich nicht als Bestandteil der eigenen Persönlichkeit an und empfinden daher Leidensdruck. Das Gegenteil davon ist die Ich-Syntonie. Aha. Okay. Also zusammenfassend. Also ich denke nicht, dass sie da eine Persönlichkeitsstörung hatte. Klar, Personen mit sadistischer Persönlichkeitsstörung haben immer wieder Aggressionen, grausames Verhalten. Menschen mit dieser Störung wenden Gewaltaggressionen an, um andere zu kontrollieren und zu dominieren. Wenn andere sich weigern, ihrem Willen zu unterwerfen, dann wird natürlich das Ausmaß an Gewalterwilligung erhöht und viele Sadisten missbrauchen. Andere halt einfach gerne oder sie manipulieren sie durch Angst oder sie beschämen sie oder demütigen sie. Aber ich glaube nicht, dass er da wirklich diese typische egosyntonische sadistische Verhaltensstörung hatte. Also dass er nicht etwas hatte, wo er sagt, okay, es stört ihn sein Verhalten und er bereut sein Verhalten, sondern ich denke, er war sadist im klassischen Sinne. Nicht als Persönlichkeitsstörung. So, oh nein, ich kann nicht anders als anderen Leuten wehzutun. Ja, sondern halt einfach so eine, ich glaube nicht, dass er dabei Reue empfunden hat, sondern es war halt einfach so, ihm hat es oder ihm macht, ich weiß nicht, ob er noch am Leben ist, das Spaß, Menschen Leid zuzufügen. Und nicht nur zu sehen, dass sie leiden, sondern dass er derjenige ist, der ihnen Leid zuzufügt. So würde ich ihn am ehesten verstehen. Ich als, nicht Psychologe, ich als Journalist, weil das, also entweder das, was ich gerade gesagt habe, oder er hat es, also er hat es wirklich nicht mehr gecheckt oder hat er halt irgendwie, keine Ahnung, war wie im Wahn oder so und hat die, hat sie halt so verletzt und wusste das danach nicht mehr oder sowas. Aber das ist eher eine Entschuldigung oder halt eine, irgendwas, was er sagen würde, um davon zu kommen. Ja, da hat er auch gesagt, dass das sie im Prozess. Ich meine, wenn du dir jetzt die Persönlichkeitsstörung anschaust, also ich glaube, er war, er war im klassischen Sinne, war er, glaube ich, einfach mehr Sadist durch und durch. Also nicht dieses, das ist dieses, das war nicht dieses Ego-Syntonisch geprägte, dass er sich hinstellt und sagt, oh nein, ich kann nicht anders als anderen Menschen weh zu tun. Dann hätte er gesagt, er konnte nicht anders. Ich meine, du hast ja zum Beispiel Leute wie, ich weiß, wir kehren immer wieder zu ihm zurück, aber wie Ed Kemper, der hat meiner Meinung nach diese Ego-Syntonische, sadistische Persönlichkeitsstörung, weil er kann nicht anders und er weiß, dass er nicht anders kann und deswegen bleibt er auch lieber im Gefängnis, weil er selber gesagt hat, wenn er rauskommt, mordet er weiter. Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass Ed Kemper ein verdammt intelligenter Mensch ist und trotz und sowas halt reflektieren kann. Ja. Ich glaube nicht, dass dieser Typ irgendwas reflektieren kann, außer die Sonne auf seiner Glatze oder so. Buh, Paula, Bodyshaming. Er hat ja keine Glatze, er hat ja lange Haare, auf dem Bild zumindest. Du meinst die drei Haare, die er über seine Halbplätze drüber gekämpft hat? Ja. Nee, aber also, ich weiß, man soll es nicht judgen anhand von diesem einen Foto, was hier ist. Es ist halt, es ist ein Mugshot, denke ich mal und er sieht darauf halt super creepy und bäh aus und ich meine, das, was du gerade erzählt hast, ist super creepy und bäh und blöch. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorging, als er es getan hat. Und was ich weiß, oder nicht weiß, aber wovon ich zu 99,999 Prozent ausgehe, ist, dass er es getan hat, weil er es wollte, nicht, weil sie ihn provoziert hat. Davon gehe ich zu 100 Prozent aus, weil das ist ja, sie ist ja von ihm mit 14 Jahren eigentlich ging es ja schon mit dem Grooming, mit der Manipulation los. Ja. Also. Das ist für mich einfach nur, ja, sie hat es ja gewollt und alle anderen Frauen davor, die er misshandelt hat und geschlagen hat und die haben es ja auch alle gewollt. Mhm, mhm, ja. Er hat einfach sehr, ein sehr gutes Händchen dafür, Frauen zu finden, die es wollen. Ja. Er kann ja nichts dafür, er will die ja gar nicht irgendwie hier, ne? Nein, nein. Sondern die, pff, schweißen sich halt für mich einen Hals und sagen, ja, versuch mich zu ertrinken. Ja, weil er so ein schnicker Typ ist und so und weil er so, so. Freilich. Ja, ja. Ja, das sah die Jury vom Manchester Crown Court genauso. Denn sie brauchte nur eine Stunde, um den zu dem Zeitpunkt 49-jährigen Smith des Mordes an Kellyanne Bates für schuldig zu erklären. Der Richter, Richter Sachs, verurteilte ihn zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 20 oder 25 Jahren. Ist nicht ganz geklärt. Und er erklärte, Zitat, dies war ein schrecklicher Fall. Ein Katalog, der verderbt hat eines Menschen gegenüber einem anderen. Sie sind eine äußerst gefährliche Person. Sie sind ein Missbraucher von Frauen. Und das habe ich vor, soweit es in meiner Macht steht, dass sie nicht mehr missbrauchen werden. Zitat Ende. In den Geschworenen wurde übrigens professionelle psychologische Hilfe und Betreuung angeboten, die ihnen dabei helfen sollte, mit dem Anblick von den Fotos von Bates, Verletzungen und der ekelerregenden Gewalt des Falles umzugehen. Und alle Mitglieder der Jury nahmen dieses Angebot an. Alle. Alle gibt es noch heute in Betreuung. Alter. Ja, ich meine, die haben wahrscheinlich noch Details gehört, die wir gar nicht kennen vielleicht, oder halt auch Sachen von ihnen gehört, also live gehört. Also es gibt Bilder von Kelly N. Bates, Postmortem. Och. Die habe ich jetzt aber bewusst nicht gegoogelt. Ja. Und die werdet ihr auch nicht auf unserem Instagram-Account finden. Sonst haben wir vermutlich keinen mehr. Ja, aber auch aus Respekt. Ja, nee, das, also, das muss man nicht zeigen, so soll man sich nicht an sie erinnern. Nein. Ach. Oh je. Ja. War das vorsätzlicher Mord? Oder, also, Mörder in the first degree, second degree? Davon gehe ich einfach mal aus, wenn er lebenslang bekommen hat. Ja. Ja. Mit Mindeststrafe 20, 25 Jahre? Ja. Dann würde ich auch sagen, vorsätzlich. Also ich meine, es war ja auch vorsätzlich, aber, ja. Davon gehe ich jetzt einfach mal schwer aus. Ich hatte, sorry. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie dann auf Totschlag gehen, weil. Dann hätte er eine, glaube ich, nicht Lebensnung bekommen. Nee, aber ich meine, mit den ganzen Beweisen an ihrem Körper und in dem Haus und was die Eltern gesagt haben und so wahrscheinlich auch. Und Ex-Freundinnen von ihm oder halt Freundinnen, weißt du schon, also so. Ja, also davon gehe ich schwer aus. Okay. Ach, das arme Mädchen, 17 Jahre alt, ey. Ja, das war ein sehr, sehr unnötiger Mord. Ich meine, jeder Mord ist unnötig, aber. Ja. Wow. Ja. Und wie gesagt, wir haben heute ja nur ein Opfer. Und wir möchten deswegen auch an Kellyanne Bates denken. Aber was mir auch sehr, sehr wichtig ist, Kellyanne Bates war vor allem ein Opfer von häuslicher Gewalt. Und das ist ein Thema, das heutzutage immer noch sehr, sehr präsent ist. Und wenn ihr, liebe Macabros, ein Opfer häuslicher Gewalt sein solltet oder jemanden kennt, der ein Opfer häuslicher Gewalt ist, es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen. Es gibt das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das ist 24 Stunden erreichbar unter Nummer 116 016. Falls ihr allgemein Opfer von Gewalttaten seid, dann ist für euch der Weiße Ring zuständig unter der Nummer 116 006. Und weil häusliche Gewalt nicht nur Frauen betrifft, gibt es auch das Hilfstelefon bei Gewalt gegen Männern. Da ist leider keine kurze Nummer, was ich sehr, sehr schade finde. Ich hoffe, das kommt noch. Aber das ist die Nummer 0800 123 99 00. Denn häusliche Gewalt ist immer noch ein extrem präsentes Thema, wenn er mal totgeschwiegen wird. Und es ist nichts dabei, Hilfe zu suchen. Also es ist wichtig, dass ihr euch Hilfe sucht, wenn ihr es nur wollt. Ja, wir kennen das ja vor allem, also natürlich überall anders auch, aber es ist sehr verbreitet auch im Ostblock, dass man halt in Anführungszeichen Familienangelegenheit nicht nach außen trägt, was aber keine Familienangelegenheit ist. Nein. Es ist, wenn euer Partner oder eure Partnerin Sachen gegen euren Willen tut oder euch verletzt oder euch, ja, schlecht behandelt oder auch verbal, psychisch, emotional, körperlich, was auch immer, zu nahe tritt und es braucht, dann wendet euch an diese Telefonnummern, wendet euch an, wendet euch an Freunde, denen ihr vertraut. An Freunde, an Familie, wo ihr Hilfe finden könnt, dann sucht sie euch. Ja, damit wir solche Dinge vermeiden können, die Kellyanne Bates passiert sind. Ja, denn jedes Opfer häuslicher Gewalt ist ein Opfer zu viel. Ja. Tja, und das war unser heutiger Fall. Ja, ich verstehe, warum du mich vorgewarnt hast und warum Paula Kotz der Name dieser Folge ist. Es ist aber, also ja, es ist auch grausam, aber es ist vor allem einfach traurig. Es ist ein furchtbarer Erfolg. Dass Kelly sterben musste und vor ihr aber auch so viele andere Frauen halt noch mit dem Leben davongekommen sind, aber auch unter ihm leiden mussten. Dass vor allem er nicht früher in irgendeiner Weise. Dass niemand ihn gemeldet hat, dass nicht gegen ihn ermittelt wurde oder sowas. Ja. Dass er einfach so weitermachen konnte. Ich meine, ja, es waren die 70er, 80er, 90er, aber trotzdem. Das, damals war es aber leider noch akzeptierter in der Gesellschaft, wenn man so eine Frau schon mal schlägt, was schon, ne? Damit man sie bei der Zeit in ihre Schranken passt. Ja, gut. So Bullshit halt, ne? Schwierig. Es ist immer schwierig, solche Fälle abzuschließen. Ja. Wo du dann nie so wirklich weißt, was du sagen musst, deswegen. Ja, es ist, also, es ist einfach, hm. Furchtbar. Ja. Ich hoffe, ihr seid jetzt glücklich. Ich bin's nicht. Oder ihr wollt's nicht mehr hören. Vielleicht mal doch wieder so eine Mythen-Folge. Ich meine, wir hatten ja erst vor kurzem die Flanern-Arls. Ich weiß. Nein, wir sind ja ein True Crime Podcast und da gibt's halt leider auch den harten Tobak. Ja, vor allem halt, also ich meine, keine Folge ist schön. Nein. Aber wenn du halt so einen Torture-Mord hast, dann ist das die menschlichen Abgründe, die man nicht versteht. Also, die ich nicht verstehe. Ja. Wünscht euch doch mal Folgen von uns, von Mika. Wünscht euch doch mal Sachen, wo ich vielleicht nicht gleich loskratzen muss. Danke. Ruhig in die Vorschläge reinschreiben. Gerne auch lokale Sachen. Gerne auch lokale Sachen, ja. Oder von Orten, wo ihr herkommt oder so, die ihr vielleicht Geschichten, die ihr als Kinder gehört habt oder sowas. Auch immer spannend. Oder was ihr schon immer interessiert habt. Genau. Ed Kemper müsst ihr nicht nennen, der kommt dieses Jahr noch, weil der hat dieses Jahr wieder ein Parole-Hearing. Ja. Wissen wir wann? Moment. Mika googelt gerade. Währenddessen erzähle ich euch kurz, dass Mikas Mann mir gerade einen PC zusammenstellt, mit dem ich dann geil zocken kann. Und eventuell, irgendwann, in ferner Zukunft, meine unglaublich nervige Fresse auch mal auf Twitch zeigen werde. Who knows? Hurra. Wenn das was ist, worauf ihr Bock habt, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr nicht wisst, was Twitch ist, dann braucht ihr auch nichts in die Kommentare zu schreiben. Also, es ist nicht bekannt. Okay. Oh, Son of Sam ist auch eligible for parole. Der bleibt auch im Gefängnis. Ja, der will auch keine Haus lassen. David Berkowitz und Ed Kemper sind so lange schon im Knast, die würden gar nicht wissen, wie 2024 funktioniert. Die sind ja im Gefängnis seit den 80ern. Oh, stopp, stopp, stopp. Ed Kemper, Juli. Ich glaube nicht, dass er auftauchen wird. Machen wir uns jetzt vor. Der ist, ähm... Wie alt ist er jetzt? 75 wird er. 75. Ja. Vielleicht ist es auch sein letztes Parole-Hearing. Dies ist durchaus möglich. Er wird dieses Jahr, wird er... Ne, 74 wird er dieses Jahr tatsächlich. Er ist 48 geboren. Ein Schütz. Yay. Nun denn, wir rollen nun ins Auto. Ihr werdet auf jeden Fall noch von Ed Kemper hören. Er erzählt uns, falls ihr noch etwas hören möchtet. Oder etwas besonders goryes hören möchtet. Und nein, ich werde sicherlich nicht den nächsten Torture-Fall machen, denn auch ich habe meine Grenzen. Mhm. Und, ähm, weißt du, welchen Torture-Mord ich meine? Nein. Äh, Junko Furuta. Okay. Keine Ahnung. Kennt so bestimmt den Fall. Mhm. Das war auch ein ganz furchtbarer Torture-Mord und, ähm, nein, den werde ich nicht tun. Mhm. Weil, falls du glaubt hast, dieser Fall wäre furchtbar, lies dir mal den Fall Junko Furuta durch. Ähm, der ist noch viel schlimmer. Ich will nicht. Gut. Und jetzt rollen wir ins Outro. Yay. Let's roll. Wenn ich denn unser Outro-Text finde. Also jetzt langsam. Wir sind im dritten Jahr. Im vierten Jahr? Ja. Ich weiß das noch nicht auswendig. Komm mal in mein Alter. Ich bin in deinem Alter. Wenn ihr sehen wollt, wie Smith ausgesehen hat, glaubt mir, das wollt ihr nicht sehen. Aber wollt ihr sehen wollt, wie Kelly and Bates ausgesehen haben, dann folgt uns gerne auf Instagram unter todsicherpodcast. Wenn ihr Updates haben wollt, dann findet ihr uns auf unserem hochaktiven, ex-formule-knownest Twitter unter todsicherpod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook-Vertreten unter todsicherpodcast. Falls ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet oder uns irgendwelche Fallvorschläge zuschicken möchtet oder uns irgendwelche super-duper-mega-coolen Zeichnungen schicken möchtet. Haben wir schon Danke, Liam, gesagt? Wir haben letzte Folge Danke, Liam, gesagt, aber du hast ihm nicht auf seine E-Mail antwortet. Ich sage dir nochmal tausend Dank. Ich liebe Cthulhu und ich werde es mir ausdrucken und ich werde es auf alle Sachen draufdrucken, die ich in meine Hände bekomme. Und dann werde ich es durch die Gegend tragen und falls jemand fragt, woher es ist, sage ich, das ist von Liam. Okay, danke, Liam. Danke, Liam. Falls ihr Merchandise haben wollt mit dem supergeilen Artwork von Liam, dann unterstützt uns gerne auf Ko-fi unter todsicherpodcast. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, ein Legende sezieren oder einen ungelösten Fall exhumieren. Bis dahin, bleibt seltsam und seid immer todsicher. Wir haben vergessen, die E-Mail-Adresse zu sagen, aber egal. Todsicherpodcast.gmail.com Genau. Du hast vergessen, die E-Mail-Adresse zu sagen. Nein, du hast mir nicht den Prompt gegeben. Ich habe vergessen, Paula, die E-Mail-Adresse zu sagen. Was, wir haben eine E-Mail-Adresse? Böse, Nika. Wir sind beide sehr müde. Ja, ich bin tatsächlich sehr müde. Ich schlafe in letzter Zeit nicht gut. Ich schlafe nie gut, aber ich schlafe in letzter Zeit noch schlechter. Ich könnte die ganze Zeit schlafen. Das ist diese Frühjahrsmüdigkeit. Ja, das sowieso. Fucking Frühjahr. So, Macabros, habt ihr auch Allergien? Denkt dran, eure Antihistaminika zu nehmen. Calcium hilft auch. Und macht nicht so müde wie Antihistaminika. Folgt uns für mehr oder weniger korrekte Gesundheitstipps. Ich bin Arzt. Ich nicht. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt.